Logbuch der LD Enterprise. Hier spricht Captain Dan. Seit Tagen versuche ich nur dieses Shuttle zum Starten zu bringen. Doch vergebens. Ich habe schon alles ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht. Dan, was machst du da? Ich? Ach, ich arbeite schon die ganze Zeit an meinem Space Shuttle, aber es springt nicht an. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Denkst du, es liegt am Hyperraumantrieb? Nein. Vielleicht an den Turbinen? Dan, es ist aus Pappe. Es wird nie abheben. Egal, was du tust. Ich denke nicht, dass es da ranliegt. Leck mich am Arsch, ich hole mein Bier. Ich denke, es liegt am Hyperraumantrieb. Torben, wohin mit dir? Ich wollte mit Dan einen Rundflug in seinem neuen Space Shuttle machen. Ist das eigentlich alle geisteskrank oder was? Ja, hallo? Du, ich bin Stan. Ich wollte nur sagen, dass es doch am Hyperraumantrieb lag, Mr. Klugscheißer. Oh, kacke. Hey Mike, guck dir das an. Scheiße, was ist das? Ist das dein UFO? Sollen wir das Ding vom Himmel pusten? Bist du irre? Hast du nicht Independence Day gesehen? Nachdem die das Ding geblendet haben, haben die geschossen. Außerdem haben alle UFOs Schilde. Wir haben vermutlich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ach, scheiße. Tim? Ja? Tim, ich bin schwul. Ich auch, Mike. Jetzt ist es raus. Ja, tut richtig gut. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020